Hallo und herzlich willkommen zu dem wahrscheinlich kürzesten Video auf diesem Kanal hier und vorneweg, wenn ihr natürlich noch kein Abo dagelassen habt, dann tut das doch jetzt und unterstützt uns und unseren Podcast. Wie ihr das auch machen könnt, ich habe nämlich ein neues Buch geschrieben und zwar ist es das hier, das sich nennt Social Media Beobachtung zur Lagebeurteilung in der Sicherheitswirtschaft und das ist letztendlich für alle Security Verantwortlichen, alle Sicherheitsmanager, alle Sicherheitsfachkräfte, für jeden, der sich irgendwie mit Sicherheit beschäftigt, das ideale Einstiegsbuch, um sich mal ein bisschen damit zu beschäftigen, wie wir eigentlich Informationen aus dem Netz bekommen. Man muss dazu sagen, dieses Buch ist natürlich nicht für jemanden, der sich schon mit Open Source Analyse beschäftigt, Osin-Verfahren im Unternehmen hat, vielleicht eine Software hat, mit der er regelmäßig wirklich Social Media auswertet und bewertet, sondern es ist wirklich was für Einsteiger und deshalb finden wir hier auch ganz, ganz, ganz viele Übungsaufgaben, Lösungsaufgaben. Es ist ein kleiner Abschlusstest mit dabei zu den ganzen Themengebieten, mit denen sich dieses Buch beschäftigt. Und deshalb würde ich sagen, wir schauen direkt einmal in das Inhaltsverzeichnis rein, damit ihr einen kleinen Blick davon bekommt. Mal sehen, ob ihr das hier so auf der Kamera so ein bisschen seht. Ansonsten, ich habe es euch natürlich unten in den Shownotes verlinkt. Womit beschäftigen wir uns? Wir beschäftigen uns erstmal mit dem Thema überhaupt, wofür brauche ich denn eigentlich eine Lagebeurteilung im privaten Sicherheitsgewerbe? Warum brauche ich vielleicht eine Lagebeurteilung auch für die Sicherheitskraft, die draußen ihren Streifengang macht in Objekten? Und da vielleicht mal ganz kurz vorgespoilert, auch ein kleines Verkaufsargument natürlich an dieser Stelle. Es geht darum, dass wir heute einfach nicht mehr das Objekt als eine abgeschlossene Einheit sehen können, in dem die Dienstleistung erbracht wird oder wo ihr, wo sie als Security-Verantwortlicher dafür verantwortlich sind, um das mal so doppelt gemoppelt hier zu sagen. Sondern es geht natürlich auch darum, dass wir äußere Einflüsse haben, die wir in den letzten Wochen und Monaten immer mehr verstärkt sehen. Sei es tatsächlich Cyberangriffe oder seien es auch tatsächlich Manipulationen, Sabotagen an der kritischen Infrastruktur. Seien es Klimaproteste, 1. Mai-Proteste, wir können diese Bandbreite öffnen. Und darum geht es eben letztendlich, dass ich mich nicht mehr nur noch darauf verlassen kann, was bekomme ich eigentlich vom Kunden, sondern heute eine moderne und professionelle Dienstleistung auch dadurch geprägt ist, dass ich über den Tellerrand hinausschaue und meinem Kunden den einen oder anderen Hinweis dazu gebe, wie sich vielleicht auch die Lage verändert hat und wie wir unsere Dienstleistung anpassen müssen. Und Dienstleistung anpassen bedeutet natürlich an dieser Stelle jetzt primär erstmal nicht mehr Geld zu verkaufen, sondern wir sind ja da auch natürlich im Arbeitsschutz unterwegs, in Gefährdungsbeurteilung, in einer sich sehr schnell verändernden Welt mit ganz neuen hybriden Angriffsstrukturen kann eben eine Gefährdungsbeurteilung heute nicht mehr für zwei oder drei Jahre gelten, sondern ich muss sie auch in dieser Beständigkeit eben anpassen. Nachdem wir über genau diese Vorteile gesprochen haben, wofür brauche ich denn eine Lageauswertung, wie mache ich denn eigentlich eine Lagebeurteilung, wie erfolgt eigentlich eine daraus ableitende Lagemaßnahme, kommen wir im Kapitel 3 nämlich zur Medienbeobachtung und Auswertung. Und da zeige ich euch ein paar kostenfreie Tools, mit denen ihr sicherlich nicht wie, wenn ihr es jetzt professionell irgendwo einkaufen würdet oder tatsächlich Datenanalysten damit beschäftigen würdet, an eure Informationen kommt. Aber tatsächlich gibt es ein paar Tipps und Tricks, mit denen ihr diese Techniken anwenden könnt und an eure Informationen kommt, um sie weiter aufzuarbeiten. Ich versuche das so ein bisschen auch an ganz ganz vielen praktischen Beispielen zu machen, nämlich an eigentlich zwei primären Beispielen, die wir hier finden, nämlich auf der einen Seite die Räumung des Hambacher Forstes. Ganz, ganz spannende Aspekte, einfach auch aus Grund, weil wir hier eine Verknüpfung haben von Klimaaktivismus, der einfach öffentlichkeitswirksam sein muss, mit den Aspekten, dass es am Ende des Tages ja auch solche Maßnahmen nur durch die Aktivisten greifen, wenn gleichzeitig natürlich die Informationen nicht breit gestreut werden auf allen Kanälen und das zweite Beispiel ist die Amokfahrt in Volkmaßen zum Karnevalauftakt vor ein paar Jahren, wo ich versuche so ein bisschen den Verlauf von der ersten Information über die Informationsketten, die in den sozialen Medien dann auftauchten und die Fragestellung, was mache ich denn eigentlich, wenn ich Security-Verantwortlicher eines Rosenmontagsumzuges in einer anderen Stadt bin und dann plötzlich aus Volkmaßen diese Informationen zu dieser Amokfahrt, was zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht klar war, bekomme und wie reagieren die Polizeien, wie reagiert Social Media und wie generiere ich daraus einen Mehrwert. Wenn wir über Datenanalyse aus öffentlichen Quellen sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Fake News sprechen und nicht analysefähige Quellen, die hier tatsächlich auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen, nämlich die Fragestellung, wie bewerte ich eigentlich Quellen, diese Informationen, die ich bekomme, muss die immer korrekt sein, wann kann sie korrekt sein, spielen vielleicht Fake News auch eine sehr, sehr wichtige Rolle in dem Kontext einer Lagebeurteilung, Also das Beispiel, was ich hier erwähne, ist, wenn in Corona-Zeiten in Telegram-Gruppen so eine Meldung durchgestochen wird oder vermeintlich durchgestochen wird, muss man an dieser Stelle sagen, in der es darum geht, dass am Montag, am kommenden Montag die Läden geschlossen haben, weil jetzt die Politik auch noch den Lockdown, den Einzelhandel schließt, dann bedeutet das, wenn das am Samstag diese Information für sie rauskommt und sie sind Security-Verantwortlicher im Einzelhandel, dann bedeutet das natürlich für sie, dass sie damit arbeiten und rechnen müssen und nicht nur es als Fake News abstempeln können. Wie sie das tun, wie gesagt, hier in diesen Kapiteln sehr, sehr ausführlich beschrieben. Am Ende kommen wir tatsächlich noch zu einem sehr, sehr praktischen Beispiel, nämlich in dem letzten großen Kapitel, nämlich das Thema, wie gehe ich eigentlich ich als Unternehmen mit Social Media um? Wie baue ich eine vernünftige Strategie auf? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um? Wo es tatsächlich ja auch diverse Trends in den sozialen Medien gibt, wo man versucht, sich ein bisschen zu überbieten, das härtere Bild, mehr Ausrüstung in die Kamera zu halten, irgendwelche Videobildschirme abzufotografieren, wenn man da gerade einen Laden deep identifiziert hat, alles ein Riesenthema, ein Riesenthema für das Sicherheitskonzept, aber auch natürlich für die Vertragsbeziehungen zwischen Ihnen als Dienstleister, als Auftragnehmer und Ihrem Kunden als Auftraggeber. Und die Fragestellung, wie kann ich eigentlich diesem Bedürfnis begegnen, nämlich dem Bedürfnis, mich und mein Unternehmen als Mitarbeiter, als stolzer Mitarbeiter zu präsentieren. Es gibt Vorschläge zu Social Media Richtlinien, zu Vereinbarungen mit den Mitarbeitern und der Fragestellung, was bedeutet das eigentlich auch arbeitsrechtlich als Konsequenz, wenn ein Mitarbeiter solche Informationen oder auch Meinungsäußerungen tätigt, auf der Unternehmenswebsite, auf dem Unternehmensprofil in Social Media, in seinem Profil privat oder öffentlich gestellt, die nicht unbedingt und zwangsläufig zu einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung dazu zählen. Wie gehe ich als Unternehmer damit um? Und all das in diesem Buch. Und wenn ihr jetzt fragt, Florian, wo kann ich dieses Buch bekommen? Dann mache ich es euch ganz einfach. Natürlich kriegt ihr das auf Amazon hier auch in den Shownotes mit verlinkt, aber geht gerne auch zu eurem stationären Buchhändler, der kann euch das Buch bestellen. Die ESPN-Nummer seht ihr, muss mal kurz gucken, hier unten eingeblendet an dieser Stelle. Schreibt ihr euch auf, schreibt ihr euch ab, geht damit zu eurem Buchhändler und der bestellt euch dieses Buch. Dauert heute leider ein wenig, zwei bis drei Tage müsst ihr sicherlich damit rechnen, weil der Verlag ein paar Druckschwierigkeiten hat, aber es lohnt sich auf alle Fälle zu warten. An dieser Stelle sage ich, danke für eure Stützung, danke dafür, dass ihr das Video bis zum Ende durchgeschaut habt. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr das Buch schon bestellt habt, wie ihr das Buch findet und empfiehlt das gerne an Freunde, Verwandte, Kollegen, andere Security-Verantwortliche, wenn ihr der Meinung seid, das ist ein tolles Buch. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wie versprochen, das war das kürzeste Video auf diesem Kanal und bis bald in einem unserer Podcasts. Macht's gut, bis dann, ciao.